Und Siege, Siege, Herr Rüben, wir machen es dann ganz herzlich zusammen. Ich bin ganz fest und überzeugt, dass es seitdem ich sage, gut macht. Laimonas Aliukunis von der Bavaria Landshut musste vergangenen Sonntag im Mittelgewicht ran. Sein Gegner hieß Omid Kobani aus Regensburg, beide Männer etwa gleich groß und gleich stark. Einen Vorteil hatte der Boxer aus dem Landshut-Teilager jedoch, die bessere Technik. Mit viel Disziplin und Kampfgeist gingen beide durch den Kampf. Der bessere Boxer war aber Laimonas Aliukunis und so sahen das auch die Punktrichter. Beim letzten Kampf noch unglücklich durch einen Cut über dem Auge einen klar dominierten Kampf verloren. Dieses Mal aber für das harte Training belohnt. So kann es weitergehen.